Ich muss nur meine Geschichte fertig schreiben. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wo genau. Herzlichen Glückwunsch zurück. Da! Nachdem der Dragoer die Stadt attackiert, Robin setzte raus, um die Feuerflüge zu finden, leaving Elder Ava und ihr Stadt behindert. Seine Reise hat sie zu... Jetzt brauchen wir ein Hindernis. Sorry, ich hatte keinen Schluck. Ja, es war ein gutes Heiming. Ein großes Dessert. Ah, schön. Mit einem Guardian. Sie kann ihn gut malen. Wie alt ist sie? Nicht so alt. Ja, aber auch kein kleines Kind mehr. Neun oder zehn. Die wird schon ein bisschen älter sein. Okay. Mit einem Wächter. Okay. Die Wüste ist heilig. Der sie bewacht, weil sie heilig ist, gefährlich alleine. Heilig ist. Okay. Aber ich glaube, es ist gefährlich. Ah, okay. In der letzten Folge hatten wir noch eine Stelle, da mussten wir ein bestimmtes Wort einsetzen. Ja, ich glaube, weil sie auf diese... auf diesen... auf dieses Krankheitsbildchen warten. Okay. Ah, ich mag das sehr, dieses... ein Glow in der Sand. Ich bekomme dich sicherlich nach Hause, mein kleiner Freund. Mh, hm. Einen von zwanzig Lummerlums. Einen von zwanzig Lummerlums. Und wer weiß, woher die kommen? Aus welchem Spiel? Der Schreiber ist in die Kommentare. Hä? Ne, ne, ist er. Hä, er bezieht sich auf. Vielleicht brauchst du den für irgendwas anderes? Gibt es hier irgendeinen Trick, wo ich ihn benutzen kann? Ne. Vielleicht wollte er dir nochmal die Mechanik zeigen, weil wir die gleich bauen. Oder... Kannst du den Stein hochheben? Ne, ne? Der hat ja kein blaues. Kann ja nur bis dahin stehen, deshalb war ich kein... Das ist ja... Siehst du, deswegen dafür brauchen wir den. Wusste ich. Wollte ich gar nicht sagen. Weil wir brauchen den jetzt, weil es ist wie bei Gris. Aber wie? Und sie ihn hochheben jetzt. Schweben! Ja, habe ich doch gerade zweimal gesagt. Muss genauer mit überreden. Aber es ist halt nicht blau angezeigt, deswegen... Stimmt. Dann vielleicht muss man jetzt nochmal laufen und dann sagt sie, oh, wir brauchen den Stein. Es war etwas, sehr unnatürliches. Wahoo! Sie freut sich auch noch so. Jetzt, was dann? Andere Leute brechen sich das Genick bei. Da 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 da. Ein kleiner Wind wird mich nicht stoppen. Die Musik ist schön, ne? Ich kann nicht... ... klippen... ... laut... ... klippen... ... klippen... ... klippen! Wua... Ja! Wollte sagen... ... links lang. Was haben wir denn eingesetzt? Ahja! Ob man welchemal sehen kann... Oh oh... Nein! metem... ... kamen! Das erinnert mich jetzt ein bisschen an... ... Hiro. Oder Iro. Der Wächter. Der sieht cool aus. Äh, hallo? So? Von der Wächter. Ha. 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 Ich finde seine Lurie ist immer relativ... Diese Ordnung ist heilig. Du siehst nicht heilig aus. Du gehörst dir nicht hin. Tschüss. Das ist eine ganz klare Arbeitsbeschreibung. Finde ich gut. Hey! Komm zurück hier! Hey! So richtig so... So völlig richtig empurrt. Hey! Hier ist der Entwickler. Was wissen wir? Haben wir das schon gesagt? Ne, aber das können wir gerne mal rausfinden. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich habe gesagt Gott! Hm hm. Da kenne ich noch einen Trick. Marmor, Stein und Stein und Stein brechen. Das war einfach mal Jennys Lache. Danke! Das war schon meine Lache. Manchmal, wenn ich gehässig sein möchte. Ich habe schon festgestellt in bisherigen Episoden, dass es dann... Jenny spielt. Ich bin Opponent. Also... Hast du ein Zauberbuch? Ja. Ich habe schon versucht, dich das immer zu klauen. Ja. Oh, mehr hast du nicht drauf. Ja. 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 jetzt ist doch der effekt weg vielleicht weil du falsches ding drauf haben wir noch mal rein ganz glaube ich nicht acht drauf aufeinander lernen dann geht doch immer weg schieb die mal wollen lassen ganz kurz das spiel kaputt gemacht wird sich wie eine entdeckung ist glaube ich nicht also können wir hochklettern auf unseren wörtern hier haben wir schon ausprobiert also noch mal alle so schweben kann ja nichts mit brechen da noch mal da geht es wieder hoch nein brechen 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 noch mal eine kombination öfters ach so ja aber was das gut oder ist das schlecht will ich hoch wie ich gesagt habe mehrere mal so bum 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 da brechen hilf werden jetzt nicht kaputten wir doch da oben da war es ein stein aber wir brechen es kaputt und dann schiebe ich dennoch um drauf das ist ja so funktioniert das dann stellst du dich einfach auf oder ja das muss nur noch den hier weg nee warte mal ist der quatschig doch welches ein bisschen quatschig dass der stein halt jetzt oben bleibt ich weiß nicht ob physik so funktioniert aber es ist eine fantasy welt das sage ich ja das kann man das kann man das kann man das kann man reparieren finde ich irgendwie sehr ästhetisch befriedigend machte kaputt da waren so fälle drauf das jahr habe ich es kann einfach so getroppt aber wir müssen also kann ich selber ich müsste nicht auf mich wir gucken erst mal was hier rechts noch ist wir müssen nur weiter gehen kann man sich drauf stellen und stehen bleiben das ist ja so ein ding da wir wollen dann hoch angeln ja dann müssen wir vielleicht an der pflanze irgendwas machen oder wir müssen rechts hin und kriegen eine neue fähigkeit wahrscheinlich das würde ich als erstes ausprobieren wir können ja hier gleich zurücklaufen wenn nicht was anderes kommt weil die pflanze ist auch nicht geheiligend ja aus ja mal sehen was jetzt hier passiert da ist unser neuer zauber ja jetzt bleibt es so wahrscheinlich und wir können durchlatschen und sie hat uns nicht wohl wir müssen ganz leise sein hehehehe das ist perfekt jetzt wäre es geil wenn du oben rauskommst dass es schlup macht und dich aufrisst ups guck mal so progress könig wir hier sind und königinnen das spielt falls noch niemand mitgekriegt hat und jenny gibt die immer von der seite schlaue hinweise ja ab und zu es ist auch einfach nur so ein bejahendes nicken oder so mhm mhm das ist gut was du tust um mich hier nicht bloß zu stellen ok das können wir du machst das super ich mach den einfach mal kaputt glaube ich oh oh ach du das ist alles im griff es ist firefly und dann wird es jetzt wieder reparieren eigentlich wahrscheinlich er ist kaputt gemacht und jetzt wieder reparieren weil ich jetzt draufstehe ja schweben alternative naja obwohl ich reparieren genauso los ich fand die logik ich kann es kaputt machen wir lassen anscheinend den sand schweben ja 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 jetzt kurz ich hab acht von zwanzig vor in das spiel fast geschlagen oder was a familiar O co hast du 's são � оп Was hätte ich denn da anziehen? Stille! Mach hin, leise! Oh, bitte! Das war ein gutes Teamwork für dich! Ich will mich einfach zwei Sätze von dir genailt haben! Ja! Die haben natürlich alles schon einmal durchgespielt, um mich hier gut anzustellen. Seine Führung war groß. Seine Führung war sehr, sehr, sehr klein. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Clever! Spring doch nicht höher als ich muss! Merkst du nicht, dass wir auch irgendwie... Na! Ist ja schneller gegangen! Nein! Das war's! Ich muss den Dragen finden! Das verstehst du nicht? Ich habe wirklich nicht Zeit für das! Ich muss ihn nicht widersprechen lassen! Oder? Nee, er haut einfach ab! Ich konnte gar nichts machen! Na dann! Guck mal, was hier ist! Das war's! So lange! Okay, na dann! Ich dachte wir wären auch irgendwie Freunde oder so! Ha 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 ha! Oh Gott, sie lacht echt wirklich! Ha 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 ha! Grecklich! Oh Gott, ich liebe das! Well, we got rid of sulky boots again! Now, what's all this? As she looked around this lonely, desolate place... Robin wondered... Why would anyone choose to live here? There had been people here... Once upon a time... What happened to them? Who were they? Well... Maybe I'll find answers here... The dome was empty... But for a pool of water... An inviting place to rest... Is it a water bed? Robert's thoughts drifted to the people, all those who lived here once. She was sure they were... ...mechanicals! Flieger fände ich irgendwie blöd und Philosophen... Oh oh... Der Dragon... Der Dragon-Slayer... Nach dir... Ja... Dragon! Ja, haben wir da einen Langzeitplan, wie wir den Dragon besiegen? Und wie wir dem überhaupt hinterherkommen und er kann fliegen und wir nicht? Hm... Die ancienten Statuen haben vor Robin gesammelt. Das ist gerade irgendwie... Das war nicht so höflich, oder? Nee, so gar nicht. Nee... Nicht nochmal... Ach man... Und nicht so viele Alternativen... Industrielle Merchants... Architekte von Prosperität... Fall vor mir! Ja, du hast brechen! Nicht mitgenommen... Ah, ich hab brechen vergessen... Meine Freunde brechen... Schweben... Reparieren... Und Stille... Ja... Aber hinter Robin... Ein grumpes Mumbling könnte sein... Ah, er nur wieder! Ja, wir zerstüllen hier alles... Er wieder? Lass uns gehen! Ich glaube, er will, dass wir ihm seine Stimme zurückgeben, oder? Ja, auf jeden Fall! Ah... Ah... Das ist besser! Ich hab mir seinen Kopf verloren... Würde er nicht? Würde er nicht? Ich liebe solche. Während der Schmerz, hat Robins Hoffnung sie gelegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ich hätte auch unten lang gehen können. Ich bin natürlich oben lang gegangen. Bisher? Hast du jetzt ein Blühwürmchen vielleicht ausgelassen? Ah, weiß man nicht, ne? Ne. Ich glaube, man muss sie mir nicht alle finden. Ne, es wird sehr optional. Ich glaube auch nicht, dass das alle Gewürmchen sein Flies gibt. Zack, Meister dieses Spiels. Ist doch fast die Stille mitnehmen. Ist doch was für dich. Nicht zu schwer. Sie muss weg. Sie muss. Sie müssen nicht wissen. Hm, okay. Sie müssen es wissen. Sie müssen es nicht wissen. Sie dürfen es eher durchlassen. Ich bin immer noch in Stille gehüllt, oder? Sieht so aus. Oh, ist einfach nur sehr, sehr sandig. Ah, ja. Ich mag unseren Schatten. Mhm. Ich habe die Pfeile aufgesehen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich muss nicht sehen. Nein, 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 nein. Was hast du so gewaltt, der Windbag? Der Vergangen. 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 Schau. Was es ist, was du nicht willst, mich sehen willst. Ich bin sicher, wir können... Nein, nein, nein. Du kannst nicht weitergehen. Zurück! Wir könnten das Ding noch reparieren für dich. Ja, reparier das Ding. Ich darf gar nichts machen. Ich glaube, er würde es reparieren. Aber erst mal holen wir uns natürlich unsere Glühwürmchen. Ich kann es doch jetzt von hier oben einfach holen, ne? Ja, ja, ja. Und dann freut er sich doch. Ja, oder er macht genau das Gegenteil von dem, was er will. Aber es ist Erdos. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Statue von gebaut hat. Leere. Sie Alaner. Sie? Sie hat aufgebaut meine Statue? Warum? Sie nicht zuhörst, aber Sie sehen. Sie sind jetzt ganz referierterweise. Ich...? Ich verstehe. Warum es mir sei, denn ich zu mir? Ich war ja auch so ein Garnien. Ich war ja auch so ein Garnier. Aber erst mal das Garnier. Sieht er ja nicht mehr, dass ich ihn noch so einen kaputt mache. Das muss ich gerne mal einfach sein Text hier so nehmen. In der Wüste steht in der Äste. Ja, aber weil mich später auf. Tschüss. Ich finde es witzig, dass wir jetzt immer noch diesen stillen Effekt haben. Stimmt. Habe ich uns verpackt? Es ist nicht so schlimm. Es wird irgendwann hoffentlich was. Wer geht? Das ist ein Feature. Okay, Storytime. Ich war einmal hier. Es war... Wunderschön. Aber ich wurde kompliziert. Arrogan. Sie warnen mir, dass große Gefahr kommen. Und was hast du gemacht? Nichts? Nichts. Ich glaube, dass es kein Gefahr wäre, dass ich mich nicht beherrschte. Ich war falsch. Sie haben den Preis. Nein. Ich bin hierher. 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 Es kam und weg. Aber... Es ist etwas, was du wissen musst, über diesen Feature. Was war das? Ich bin hierher. Du bist nicht... Vielleicht hat er auch seine Stadt zerstört. Hallo, Journal. Heute in der Schule habe ich mein Historie-Effekt bekommen. Wie heißt es? Sticky Note? Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein Post-Tipp. Das ist süß, ne? Und guck mal oben, über uns, Goose. Das ist schon aus dem Goose-Game, oder? Ja, offensichtlich. Und da links ist ein Superhero. Ja, Leute, schönes Spiel. Nächste Folge, mehr davon. Richtig, dann werden wir rausfinden, was für eine Note wir gekriegt haben, wie ihr schon richtig gesagt habt. Welches Thema? Und in welche wunderschöne, nicht Stadt, sondern Landschaft wir als nächstes eintreten werden. Ja, bin gespannt. Mach's gut, tschüss.